Diakonie in Niedersachsen. Soziale Berufe kann nicht jeder. Begleitet uns zur Wohnungslosenhilfe der Diakonie Bremerhaven. Wie hilft ihr Wohnungslosen? Was ist konkret deine Aufgabe? Ja, erstmal die Grundversorgung, dass jeder, der wohnungslos ist, hier ankommt, wirklich erstmal ein Dach über den Kopf bekommt, dass er mit Lebensmittel versorgt werden kann, dass er sich waschen kann, seine Kleidung auch reinigen darf und anschließend geht es natürlich in die Beratung, um zu schauen, an welche Leistungsansprüche kann man denjenigen heranführen, diese auch umzusetzen und im besten Fall in eine Wohnung zu vermitteln oder halt in andere geeignete Hilfen. Bei der Diakonie habe ich angefangen mit meinem Anerkennungsjahr in der Wohnungslosenhilfe. Da habe ich Menschen unterstützt, die Schwierigkeiten hatten, soziale Schwierigkeiten und da habe ich dafür gesorgt oder mit den Kollegen auch dafür gesorgt, dass diese sozialen Schwierigkeiten überwunden werden. Und seit Mai letzten Jahres bin ich in die Arbeitsbereichsleitung dieses Bereiches aufgestiegen. Mein Arbeitgeber ist von vornherein sehr intensiv auf meine Bedürfnisse eingegangen, also der hat wahrgenommen, dass ich auch Initiative zeige und sehr aktiv bin und da hat er mich tatsächlich machen lassen, immer natürlich mit Feedback und so weiter, aber mir wurde sehr viel Vertrauen entgegengebracht und das hat mich auch gestärkt. Ja, Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist besonders in dieser Anrichtung hier unter dem Arbeitgeber sehr gut geglückt. Ich erwarte ein Kind, der Arbeitgeber wusste auch von meiner Familienplanung und hat mir trotzdem dieses Angebot des Jobs entgegengebracht im letzten Mai, dass ich diese Arbeitsbereichsleitung hier übernehme. Und war auch sehr offen demgegenüber, wie ich das gestalte, wenn das Kind auch tatsächlich da ist, dass ich wieder einsteigen kann, trotz der Elternzeit und einfach den Fuß noch drinnen behalte, um nicht rauszukommen. Diakonie in Niedersachsen. Soziale Berufe kann nicht jeder. Mehr Informationen erhaltet ihr auf www.diakonie-in-niedersachsen.de Caridio Image und Eventfilm Produktion